Der Pool wurde neu eingelassen und Mozart testet ihn. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen heute einen weiteren Contest 2013, dieses Mal Osterizia, Cuisinia und auch der kleine Bruder unseres Astseburgen Phönix. Drei Verbindungen treten hier direkt indirekt an. Es geht, wie auch letztes Jahr, nur ohne Körperkontakt des Cuisin-Vertreters. Geht auch dieses Jahr wieder um eines, um eines, um eines, nämlich wer schafft es länger unter Wasser zu bleiben. Mein Kommando gilt. Mein Kommando gilt. Welches Kommando? Nehme ich drei, zwei, eins runter. Mein Kommando gilt. Drei, zwei, eins, tauchen! Der klaren einzige Sieger ist in diesem Fall der Osterizia-Vertreter Mozart, weil er dem Kommando gefolgt hat, tauchen. Spätestens jetzt hat zumindest in zweiter Folge auch der Cuisin-Vertreter nachgefolgt. Auch er ist inzwischen mehr als nass. Jetzt fehlt uns nur mehr ein Vertreter, nämlich der indirekt zumindest von der Astseburger. Ich weiß noch nicht genau, ob der Mozart sich darum kümmert, dass auch der Astseburgen-Vertreter nass wird am Kopf, aber anscheinend doch nicht. Oh, oh, oh! Es gibt eine Wendung, es gibt... Oh, oh, oh! Dementsprechend, es sind alle nass geworden. Mozart hat gewonnen, aber vielleicht versuchen wir diesen Contest... Mozart hat verloren! Mozart hat verloren! Er ist aufgegangen! Ich glaube nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen hier wiederum den ähnlich verlaufenden Contest wie vorher beim Untertauchen, das kein Untertauchen war. Wir haben wieder einen Cuisin-Vertreter, einen Osterizien-Vertreter und einen indirekten Astseburgen-Vertreter. hier anwesend. Dementsprechend, es geht um das Hineinspringen in den Pool. Wir hoffen darauf, dass sich keiner was bricht und wünschen den Beteiligten viel Glück. Los! Okay! Ganz schön Cuisin-Vertreter! Hopp, hopp, hopp! Schaffst du nicht! Oh! 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 Komm! Die Haustrization ist reich... Und dann können Sieèle wieder hören oder wir können mit dem Weg reden. Anlaufschreibt, Gale! Feld-Fleck! Hopp, hopp, hopp!! Komm, 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 komm. Erst mal. Los, jetzt! Wir sind weggekommen! Ja, ja. Aber die Schmerzen sind die Treppen. Bitte! Komm, hol! Komm, okay, du reist es aus, oder? Mach ein Bredel, ich war vorhin zu kommen. Warum? Ich war vorhin zu gehen. Das hat gar nicht so weh da. Mach ein Bredel, mach ein Bredel, bitte. Ach, fick dich! Komm, mach ein Bredel! Wieso so? Mit geschreckten Beinen. Ja, das ist der Fall. Los, sehen Sie! Elke. Klein, aber hoho. Trägt fast mehr als Ihr Gewicht. Es hat 40 Grad im Schatten, working in a coal mine is an Schastakel. Das erste Projekt von den drei Polyxenen auf der Bude, sie picken Streifen auf die Wand, das ist Präzisionsarbeit. Das ist tief, das ist tief. Versuch's nicht, schau. Das ist tief, das ist tief. Das ist tief. Das ist tief, das ist tief. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020